Äh, ne, ich muss jetzt spielen, im Gefühlt zwei Monate. Ich hab keine Scans, ich scheiße. Das ist doch mal, Leute, wir können nicht so gut gehen. Naaan. Wenn man das so gedroht, dann hat man Skins, man, das merk ich dann doch. Ja, aber es gibt nur Menschen im Hand. Was machen denn Skins? Was machen denn Skins, Alter? Machen die irgendwie... Was, die schneller? 100 Wie baks erst? Was? Hier hat man gar nicht los. Jeder hat ein Skins, jeder hat ein Battle Pass, ich glaube ich das nicht Wann oder was? Voll lächerlich, sich über Skins zu definieren, ey Und hier ist ein Battle Pass, ich verstehe das nicht so Nein, Gott Bei mir kommen halt keine Anfänger rein in Vietnam Ich will niemals einen Battle Pass schenken Ich will einen ausgeladen Ich schenke meinen Battle Pass Das pisst mich schon wieder so an Ich weiß das auch nicht Wie lange ich mit dir alle vorzeige? Siehst du am Skin, oder? Also ich habe einen Bruder, der hat diese gelbe, diese blaue Banane auch